Wie heißt es, dass du dir die weiße Kopf hast? Wie heißt es, dass du dir die weiße Kopf hast? Wie heißt es, dass du dir die weiße Kopf hast? Nee. Das ist eine kleine Liste. Haben wir noch da? Nein. Echt? Könntest du das Eis jetzt noch machen, dass du da hier oben guckst? Eine Packung Gipskottonschrauben. Auch für Holz. Gipskottonschrauben für Holz. Das ist komplizierend. Die anderen gehen nicht. Weil die Reformen da sind ja auch gar nicht mehr. Gipskottonschrauben für Holz. Steht das auch drauf? Ja. Beziehungsweise ist das auch für die Leute, die ich läden kann, mit Holz abgeben. Okay. Bleibt der Schriftzug da rechts? Das ist gut. Der Schriftzug? Geschäftsleitung. Okay. Geschäftsleitung. Das will ich dran lassen. Das steht da dran. Master of Disaster oder sowas. Geschäftsleitung seid. Oder Sir Großvieser Sir seid. Oder Eure Majestät Herr seid. Affe sitzt im Glaskasten. Was? Wir machen den Aufkleber an, habe ich schon erinnert. Achtung, Affe wirft mir vor. Bitte nicht füttern. Was ist das Ding? Kennst du das nicht? Am Zoo? Bei dem Affenkäfing? Diese Glaskasten, wo da steht Achtung, Affe wirft mir vor. Herzlich Willkommen zum neuen Video von der Firma Top Secret Tuning. So ihr Lieben. Kleines Update von unserem Projekt Autohaus. So, naja los, auf geht's. Wir gucken mal. Fangen wir an, fangen wir hier drin an. Ja. Ich habe mich durch das Echo. Ja, klar. So ihr seht, die Bude war jetzt mal ursprünglich weiß gewesen. Jetzt ist sie schwarz. Wir verfolgen jetzt hier quasi... Wir wollten schwarz. Ja, ich wollte schwarz. Dann haben die Jungs ja schon ein bisschen gesprüht. Wir haben jetzt gesagt, wir machen so ein bisschen so die alte... Ja, was ist denn das? Sechzehn Jahre, siebzehn Jahre, alles gemischt so ein bisschen, ne? Hm, naja. Okay, das finde ich am coolsten. So, der Roadrunner darf nicht fehlen. Das ist ja so ein bisschen mehr so Steve McQueen-Zeit und sowas alles, ne? Das wird hier der heilige Bereich von Elf Präsidenten. Und das war nur von mir. Sondern für die Geschäftsleitung. Hier kommt die Geschäftsleitung rein. Die machen immer ganz starke Geschäfte hier. Ja, auch dunkler gehalten, von außen angepasst. Hier haben wir ein bisschen mit Holz gearbeitet. Wir werden auch hier in der Ausstellungsfläche noch viel mit Holz machen. Sodass wir quasi dann den Farbkontrast schwarz, anthrazit, Holzoptik drin haben. Ich denke, das wird ganz gut kommen. Ein bisschen wohlig. Rot wird es noch. Die Wand wird rot. Das wird die Förstenband werden, dass die sich nochmal abhebt. Ja, soviel dazu. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo vorankommen. Dann haben wir natürlich mittlerweile auch mal den alten Teppich alles rausgerissen. Hier kommt dann noch Holzfußboden rein, dass ich das dann mit den Holzelementen dann... ...dass wir zur Kundensitzecke werben. Wir haben hier so ein bisschen mit Fernseher... ... was zu trinken drin und so ein bisschen Kram. Und was zu trinken? Na, Jackie Cola, wie immer. Okay. Oder hab einer. Langsam ist man auch ganz schön flatt. Das ist echt. Das ist die Schäfte. Seit wann haben wir jetzt so effektiv angefangen? Ich weiß es gar nicht. Das war ja wieder so gewesen, bis ich auf den Richter gekommen bin, was will ich überhaupt. Die Tränen ja alle mit einer durch. Jeden Tag habe ich hier eine andere Meinung. Das ist übrigens noch schlimmer als beim Auto. Ja, ja. Heute so, morgen so. Den Tag die Wand so. Den anderen Tag das so, das so. Ach nee, wir machen es doch wieder so. Das Holz? Nee, wir nehmen das Holz. Es ist gerade schwierig mit mir. Aber ich will es auch einmal richtig haben. Ja klar, wenn du einmal anfängst, dann... Genau. Ich weiß nicht, ob wir noch angefangen haben. Es ist schon viel passiert in der Zeit, sag ich jetzt mal. Dann kommt der zweite Toilettentrakt. Das gab es ja vorher auch nicht. Das war auch scheiße gewesen, ja. Wir sind ja in diesen Toilettentrakt sind die von außen reingelaufen. Ach so. Das war aber der Toilettentrakt nicht für die Kunden. Das war der Toilettentrakt für... Also das war eigentlich Aufenthaltsraum hier. Das? Ja. Und das waren die Kios. Da ist auch eine Tür in die Richtung. Nee, dann geht nach außen hin. Dann kommst du nach außen hin. Nee, das sind die Schlüssel hinten. Ach so. Ja. 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 Ja, einmal neu. Ja. Also hier... Das wird dann quasi Jungs- und Mädels Toilette. Weil wir ja nun auch Mädels bei uns in der Firma beschäftigen. Getrennt oder zusammen? Getrennt. Was ist... Das ist so vorgeschrieben. Ja. Einen anderen Bereich. Da gab es eine herbe Diskussion. Vorhin noch. Ich war der Meinung, wir sollten das alle schwarz machen. Böse Zungen haben wir hauptsächlich schwarz machen. Wir sollen die Decke weiß lassen. Igitt. Aber egal. Da haben sich dann die anderen jetzt durchgesetzt. Ich hoffe mal, dass das dann alles ein bisschen... He? 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 Das können wir auch schwarz machen, ne? Ja, wahr. Na ja, jetzt ist es erstmal weiß. So, jetzt kommen wir nicht hin. Ja. Weiter geht's. Ähm, Direktannahmebereich heißt, was kommt genau? Ja. Wir haben vorne quasi dann... Vorhin jetzt alles, was jetzt noch einmal verkauft ist. Autos, Tuning, tralala. Und hier ist dann der Werkstattleiter drinne. Und dann die Yvonne auch drinne. Annahme mit drinne. Das heißt, das wird dann quasi gesplittet. Ne? Wenn jetzt einer zum Beispiel einen Service haben will, der kommt dann hier rein und wird abgefertigt. Und wenn einer riesengroße Räder haben will, der bleibt dann vorne drin und wird abgefertigt. So ist es hier. Hinten wird noch Laberbereich. Die sind aber gerade noch am... Was ist das? Verputzen heißt das, ne? Verputzen. Hey, ich bin... Was soll ich das wissen? Ja. Ja. Hausfrau. Vielleicht gibt's auch noch. Ja. Man hat mich so lange nicht gesehen, weil ich jetzt hier als Putzkraft arbeite. Hier wird nicht so viel passieren. Das wird ja quasi die Durchfahrt quasi von hier nach da. Also das wird erstmal alles so im... Von hier? Also von Werkstatt vorne nach Werkstatt hinten. Ne Quatsch. Von Gelände vorne durch zur Werkstatt. Kannst auch nach außen rum fahren. Und was jetzt geil wird, ist die Folierung. Also da haben die Jungs auch schon ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was. Genau. Hier kommt so eine kleine Sitzwecke rein. Das heißt, die Leute, die das Auto verliert kriegen und wollen ein Berachungsgespräch haben, die können dann ja bei David ein bisschen rumdunkern. Ist doch vom Klima wirklich geil hier, ne? Ja. Sonst war eigentlich immer bei uns die Folierung der wärmste Ort gewesen. Und jetzt ist das der kühlste Ort. Also... Das ist gut. Das ist gut. Also im Winter ist es scheiße. Im Sommer ist es gut. Was darf halt nicht zu kalt sein, ja? Ja. Aber das ist eigentlich nur das Klima halt. So. Dann werden hier... Hier kommt eine Bühne rein, da kommt eine Bühne rein. Aber das ist dann... Diese Kurzhutbühne, genau. Und dann werden dann hier eben halt auf die... Hier wird dann alles quasi mit Folie geregelt. Ja, hier ist es auch am Rhein. Achso, die Wand hier wurde ja schon zugemacht. Das war ja auch offen. Genau. Das war offen gewesen. Dann haben wir noch eine Trennwand reingezogen. Also ich habe die Trennwand reingezogen. Ich habe die Trockenbau alleine gemacht. Du hast auch hier gestrichen und so. Ich habe auch alles gestrichen hier. Also... Das war ja früher. Ja. Sie sehen jetzt ja auch so gut hier rum, weil ich das gemacht habe. Ich methode nochmal, ich habe diese Trockenbauwand gestellt. Nein, habe ich nicht. Aber ja, die haben wir... Die haben wir noch zugemacht. Damit in der Eintrag, dass wir noch einen Lagerbereich, wo vorhin so ein Kram haben. Ja, ansonsten sind die Sprüher hier fleißig dabei. Ganz untypisch hat sich, muss ich sagen, ich habe eigentlich mit Gelb... Ich habe mit Gelb gar nichts am Hut. Ist ja einfach so. Ich habe mit Gelb wirklich nichts am Hut. Ich mag kein Gelb. Ich mag auch kein Blau. Aber Huthies und Caps sind gelb. Ja, aber so hätte ich jetzt nicht... Das spielt jetzt sicher eine 1-3 wieder. Stimmt, die eine Caps, die wir mal gemacht hatten oder so. Ja, ich habe genau das gleich gestrichen. Ja? Ich habe mit Gelb ja am Hut liegen. Du hast die Gelb ja am Auto liegen? Ja. Gut, wir haben mit Gelb was am Hut, dass wir mal Sachen gemacht haben. Hattest du auch mal einen gelben S5? Ich hatte auch mal einen gelben S5? S5? Nee, S4. So, jetzt kurz und klackig hier. Ich erbrücke mich schon wieder aus. Gelb hat sich der wieder ausgesucht. So, bumms. Anthrazit war vorgegeben. Also grau, Anthrazit. Dass wir die ganze Bude so ein bisschen mit Anthrazit grau durchlaufen lassen. Klar, hier in dem Fall machen wir die Decke nicht schwarz oder irgendwas. Die bleibt weiß. Weil wir brauchen hier in der Folie viel Licht. Und wenn du natürlich dann die Decke noch schwarz machst, dann ist es so besser. Sie haben es sich so ausgesucht. Hier kommt jetzt bald noch ein neues Tor rein. Also hier kommt ein Tor rein. Das fliegt weg hier, der Glasbauer. Damit wir mit breiten Autos noch reinfangen können. Und da wird noch ein bisschen gemalt hier. Der Unterfußboden. Genau. Wir werden dann auf dem Fußboden. Der ist jetzt gefließt. Das ist auch für uns jetzt zum Beispiel zum X-Bell machen. Oder wenn wir jetzt so, ja gut Steinschlagschutz allgemein, wenn der immer nass verklebt oder mit Gel verklebt. Und wenn wir dann hier rumtanzen würden, die würden die ganze Zeit auf die Kusche fallen. Also wird hier nochmal alles mit so einem Klickfußboden, zeigen wir euch dann nochmal, ausgelegt. Da kann man, da wird dann halt der Fußboden auch grau. Das sieht auch geil aus. Also wenn du den Fußboden hier grau hast, mit so gelben Elementen drin, noch ein paar gelbe Elemente rein, Stellflächen, Fahrzeuge, wie auch immer. Ja, dann sollte das auch cool aussehen, denke ich. Weiß ich nicht, denke ich aber. Doch, wird es. Ansonsten, was alles Werkstatt ist, das machen wir dann das nächste Mal. Weil da ist echt noch... Das sind jetzt erstmal so die Hauptbaustellen. Ja, die Baustellen haben wir an jeder Ecke. Wir hatten ja hinten noch so einen grünen Platz gehabt hier, wo überall die Sträucher und alles standen. Wer gemacht? Ich weiß auch, wie ganz früher. Wieso, 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 wieso musst du schon wieder? So hat es in Wunderschwein. Passt du doch aber ab, ich kenne nur das wieder, was du da hinten gemacht hast. Da waren schöne Gärten, Flügelchen, Vögelchen, wahrscheinlich doch die selbe Fledermausgraden, die es nur einmal in Halle gibt. Und dann kam der, ja. Nein, also es war eigentlich ein wenig Unkraut und nur Scheiß gewesen, was da hinten stand. Außer eine Grillecke war da, aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Und dann haben wir da hinten alles platt machen lassen für unsere Reifencontainer, dass wir dann eine Fläche haben. Und nicht, weil wir jetzt gesagt haben, Grün muss weg oder Grün ist scheiße. Also Grün ist ja... Alles schwarz. Alles schwarz. Wir müssen ja auch die Reifen verbrennen. Ne, ähm, Werkstatt gucken wir uns später an. Und, äh, nicht später, das ist nicht in dem Video. Das war jetzt nur mal ein ganz schnell kurzes Update. Wir wollen euch immer mal jetzt mit den Bostochis und ein bisschen Kram auf den Laufen halten. Ist auch heute mal Zufall, dass, äh, Schnuddelback immer wieder hier ist. Ja. Ja, ich muss ja gucken, was mein Auto raus war. Unser lieber Marc, der streicht jetzt noch die Pfostenwand am Freitag. Dann werden wir noch mal ein paar Storys machen. Dann kommen am Wochenende die Sprühjungs wieder, die machen hier den Rest fertig. Hier geht ja auch noch, das ist ja noch nicht alles, hier geht ja noch irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Linie geht dann hier noch durch. Ein Rademilie? Was? Ne. Ne, diese Linie, die du da siehst, die da kommen. Muss eine Linie nicht immer gerade eigentlich sein? Das ist sonst keine Linie. Was? Sonst wär's dann oben. Dann ist es ja keine Linie mehr. Hier kommen noch irgendwelche Striche an der Wand, ne? Irgendwas kommt hier noch an der Wand. Ja, Foliebereich konzipiert wird jetzt, oder haben sie sich selber ausgesucht? Keine Ahnung. Das klingt ja so abwerten, als ob die irgendwie Scheiße gemacht haben. Sonst schau mal irgendwo heute. Nein. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hätte es jetzt für mich alles grau gemacht. Ich hätte es jetzt für mich alles grau gemacht und schwarz gemacht. Ja. Ihr könnt ja ein bisschen mal positive Emotionen hier hervorrufen, wenn ihr vorwacht. Na, ist doch schön mit Geld. Ne, sieht cool aus. Also doch, mir gefällt es auch. Der Raum ist einfach separat für sich. So. Da passt nicht zu den anderen Zeug dazu. So. Wo hast du denn noch mal Geld da drin? Na dann später den Hoodie, den du noch draufhängst und den Cap, den du noch hattest. Und einen gelben S5. Ja, ist hier aber was? Nein. Ist hier aber was? Aber ist egal. Ich hatte einen gelben S5 hier? Ja, du hast einen gelben Polen. Die Lippe, wenn du nicht abgeholt hast. Ach stimmt, du hattest einen gelben S5. Ja, gut. Das macht Glück. Wir hatten auch einen gelben RS4. Mhm. Den du kaputtgefahren hast? Der RS4? Ja, ja. Genau der RS4. Aber das ist eigentlich schon viel Gelb. Und wenn du das längst anschneiden würdest, weil du nur grau und schwarz geleistet hast. Es reicht jetzt. Da ist das Video dann noch nicht zu Ende. Ich würde hoffen, wenn das alles mal zu Ende wäre hier. Das wäre schön. Wir haben eigentlich gedacht, das Video ist zu Ende. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Da saß man mit Ingo drüben in der Folie. Genau, der ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr da. Das fertige Malert war. Da oben war schon fertig. Genau. Bis auf das dort. Das war nicht ganz. Genau. So. Unsere Sprüherjungs, die sind jetzt soweit durch. Ich finde das wirklich richtig schick. Ja. Wirklich. Sehr schön. Ich muss auch sagen, mittlerweile. Wie viele Tage ist es jetzt her, seitdem wir das letzte Mal gedreht haben? Das war vor zwei Wochen. Ein bisschen über zwei Wochen. In den zwei Wochen. Also wirklich mittlerweile ist es so. Du stellst dir jeden Tag weiter die Frage, warum. Ist so. Weil es ist wirklich exorbitant viel gerade. Und jetzt will ich einfach nur noch, dass wir relativ schnell zur Platte kommen. Dass wir hier irgendwo mal einen Haken dran machen können. So. Also wie gesagt. Farbmäßig ist jetzt hier alles soweit fertig. Wir haben jetzt natürlich, wie die meisten von diesem Jahr, machen ja viel mit Fossen. Haben jetzt noch die, also hier kommt die Felgenausstellung von Fossen dann mit rein. Ja. Dann haben wir angefangen, ein bisschen Tölz zu probeln. So. Und das heißt, ich finde das mit diesen Akustikpagent ist eigentlich eine coole Geschichte. Das lockert wirklich cool auf. Auf jeden Fall. Hier brauchen wir uns noch ein paar Felgenstände und 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 und. Ja. Das war noch nicht das letzte Mal an der Wand dort? Nein. Das haben wir auch noch mit rein gemacht, damit die Wand noch ein bisschen aufgelockert ist. Mhm. Und jetzt, Folierung ist soweit durch. Kann man auch mal gucken. Mhm. Und hier der Laminatboden war es letztens auch noch nicht? Nein. Da sind wir noch dran. Da laufen wir mit Zertimischstellen. Das ist jetzt, hier war vorher Teppich drin gewesen. Ja. Und das sah mit diesem Teppich scheiße aus. Dann, ja, was jetzt natürlich das krasse wird, nochmal die ganzen Kästen zu bauen. Ausstellung. Das wird auch nochmal richtig viele Nerven in Anspruch nehmen. Obwohl ich mir da beim Laden gar nicht so viel die Sorgen mache. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir logistisch das schaffen, den ganzen Polter von da drüben hier rüber zu holen. Ja. Dann zu schaffen, dass hier alles funktioniert. Bis wir irgendwann auf dem Level sind, dass wir vernünftig arbeiten können. Also das sah damals alles cool aus, wo ich gesagt habe, wir übernehmen das Ding hier. Und da war auch nicht dran zu denken, dass das so krass wird. Ja. So, hier hast du auch schon mal den Vorrat gewachsen. Mhm. Das war aber, glaube ich, schon gut gewesen, oder? Ne, das war auch noch weiß gewesen. Auch noch weiß gewesen. Ja. Da haben wir jetzt in zwei Wochen so viel geschafft. Das war wirklich viel jetzt, ja. Echt, ja? Mhm. Okay, cool. So, und jetzt hier mal Polierung. Das finde ich schon mal geil. Also die ist jetzt soweit fertig. Und das können die Jungs auch einfach spülen. Also wenn man jetzt nicht wieder Raum vorher aussagen, wenn man jetzt auch sagt, dann wird das schon mal ein bisschen sauber gemacht. Also ich finde, das sieht man nicht jeden Tag. Ne. Oder? Also das gefällt mir wirklich richtig gut. Auch was die Jungs so gemalt haben. Das ist ja eigentlich fast kein Spulen mehr. Das ist Kunst. Das ist ja. Das ist schon geil. Zum Beispiel die Zeichen und sowas. Ich habe jetzt noch keine Lampe dran. Das haben die so gemacht, dass die weißen Linien und so, das leuchtet alles beim Schwarzlicht. Ach so. Ja, ja. Oha. Alles was weiß und blau ist, glaube ich, wenn du dann hier eine Schwarzlichtlampe drauf hast, dann leuchtet das. Geil. Dann leuchtet das. Und hier kommen ja dann noch... Eben rein. Ja. Genau. Hier wird noch eine Bühne gestellt. Also du kannst ja diese Fliesen rausklicken, machst du diese Kurzhutbühne rein. Und das wäre hier. Das heißt, du hast dann zwei Arbeitsplätze, also einmal den Arbeitsplatz, einmal den Arbeitsplatz, als Bühnenplätze, wo du dann verlieren kannst. Dann wärst du ja auch nochmal so ein Gelber rum? Nee, haben wir jetzt nicht gemacht, weil du musst du die Autos... Also wir wollten es auch nicht so viel. Also wäre cool gewesen, aber ich finde das jetzt schon eigentlich ganz schön. Und du hättest es dann versetzt machen müssen. Also die Autos müssen ja schräg rein. Ach so, ja. Ja, gut. Wenn du gerade stehst und hast ein langeres Auto, dann stehst du so weit vorne weiter drinnen. So weit vorne. So weit vorne. Genau, so rum. Dann wird das hier nochmal so ein bisschen dieser Ausweichplatz. Das wird so ein bisschen dieser Ausweichplatz, wo du mal eine Scheidentörung machst oder irgendwas anderes, wo du mal ein Auto trocknen lässt, wenn es jetzt nass verklebt wird oder sowas. Hier kleiner Sitzbereich und dann hinten in die Ecke kommt dann weiter. Und die Linien sind jetzt fertig, was machen wir beim letzten... Das ist alles fertig, genau. Also Verlierung ist theoretisch, wenn jetzt Bühnen drin wären... Wenn die Bühnen jetzt drinnen wären, könnten wir jetzt quasi sagen, eine Ziehung. Also da hast du immer noch irgendwas in die Wand zu schlagen, wo du was aufhängst, eine Werkband noch. Theoretischerweise war es so, eigentlich hätte es dich hier einziehen können, aber das wäre eigentlich unser Stil gewesen. Draußen haben wir schon die Fassaden alles gepinselt. Dann geht es jetzt noch weiter mit der Werkstatt, die greifen wir jetzt auch die Tage an. Da wird jetzt auch Fußbrunnen gemacht und und und. Ja, und dann... Ich will einfach nur noch, dass es aufhört. Ja, das glaube ich. Das ist echt gerade... Nervenraum. Ja, volles Ding, volles Ding. Also wie gesagt, nicht böse gemeint, dass wir jetzt gerade nicht so viele Videos hochschießen, aber unsere Prioritäten liegen jetzt... Ja. Deswegen kann man ja schon sagen, fahren wir dieses Jahr nicht auf die Sima. Ne. Ursprünglich war es geplant, dass wir dieses Jahr auf die Sima fahren. Ursprünglich war es geplant, dass wir auf die Soga fahren. Also es war alles ursprünglich geplant. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt alle Termine gekänzelt und wir werden dieses Jahr echt nicht mehr viel machen. Weil jetzt steht im Fokus das hier. Und alles was du jetzt noch mehr machst, ist einfach nur noch eine weitere Belastung gerade aktuell. Da muss ich dann schon weit weg gehen. Das ist geil, das Logo oder ich? Definitiv das Logo. Danke. Bitte. Hallo ihr Lieben. Boah, ist mir fast in die Kamera reingelaufen. Theoretisch sind wir noch im Video, wenn das in das Video kommt. Also einfach sind wir noch im Video oder wir sind schon wieder im neuen Video. Oha. Die Nerven sind jetzt wirklich durch. Ja. Durch, 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 durch. Man hat ja so eine Vorstellung, wie man irgendwas werden soll. Man versucht natürlich mit wenig Sachen viel zu schaffen. Das funktioniert nicht immer und um unsere Vorstellung zu schaffen, ist es dann doch mehr geworden, wie wir eigentlich machen wollten. Ja. So, jetzt sind wir aktuell in der Werkstatt. Wir haben jetzt, wir wollten ursprünglich eine Fliese legen, wir haben es jetzt doch erstmal mit Harz gelöst, die ganze Geschichte. Sieht auch gleich viel freundlicher aus. Ja. Wie lange es hält, keine Ahnung. Dann wurde jetzt schon mal alles durchgeweist, wenn natürlich dann noch die Werkbänke und sowas alles hier drin stehen, dann ist das schon ziemlich cool. Dann haben wir von unseren Andi von der Firma Weber Werke noch neue Bühnen geordert. So, warum haben wir neue Bühnen geordert? Das ist eigentlich total bekloppt, ne? Weil, eigentlich hätten wir die Bühne von drüben mit rüber nehmen können. Erstens wollte ich alle Bühnen in Grau haben und zweitens ist es so, dass wir drüben noch arbeiten. Naja. Das heißt, wir bauen quasi hier alles fertig mit Bühnen und sowas, damit wir dann nur noch Werkzeuge alles rüberrollen müssen. Das heißt, es wird dann so sein, dass wir noch zwei relativ neue Hefebühnen zu verkaufen haben. Die einzige, die wir von drüben mitnehmen, ist die Spinne der Hefebühne. Wir werden dann zum Schluss hier drinnen, also eine Bühne steht schon, wir werden zum Schluss dann hier vier Säulen drinnen haben. Plus das sind die ganzen Bums, die wir vorne haben. Das heißt, die Werkstatt ist jetzt erstmal zick, ne? Also wir haben hier noch Feinarbeiten und ein bisschen Kabel verlegen und so weiter und so fort. Aber das muss es jetzt erstmal tun, also. So, von außen haben wir. Ja, wir haben ja, wie der Hof vorher aussah, jetzt ja mit den ganzen. Das ist jetzt alles gemalert, alles schön Anthrazit geworden. Das Tor fliegt noch raus, da ist ein neues Tor schon dahinter. So, und dann hat der Fausti, der war so lieb gewesen, der hat hier uns die Tore in Grau angesprüht. Die ganze Bude haben wir jetzt Anthrazit gepinselt. Und dann hat er uns auch was Schönes drangemalt mit seinen Kollegen. Da der macht das halt immer wieder krass war. Du guck mal, die Fossenfelge, wenn ich jetzt die originale Fossenfelge, die wir vorne aussteigen haben, daneben halten würde, sieht eins zu eins aus, wie die Felge, die du siehst. Ja. Das sieht aus wie ein Foto, was drauf getrunken ist. Und das ist halt geil. Weißt du, warum wir das gemacht haben? Für dich. Für mich. Weil wenn du immer Autos fotografieren musst, musst du nicht über einen halben Planeten fahren, sondern kannst auch hier hinten im Hof, also hier kommt ja überall noch was ran. So. Und damit wir auch hier hinten mal ein bisschen shooten können, wenn wir die Autos haben. Auf jeden Fall. Weil wir hatten ja in der Reideburger Straße hatten wir die Top Secret Wand. Die war geil. Hat aber manchmal auch genervt, wenn du dann immer im Verkehr war, wenn du raus fotografieren wolltest. Und ich denke mal, das ist eben das geil, wenn wir Autos fertig haben, kannst du hier hast ein schönes Motiv und du kannst hier schön fotografieren. Auf jeden Fall. Das war der Ursprung gewesen für die ganze Geschichte. Hier hinten haben wir die, sind wir gerade dabei noch, oder haben wir die geflosterte Fläche für die Einfahrt verbreitert. Da kommt jetzt noch ein breiteres Tor rein. Weil, dadurch sind wir in so einer Senke liegen, haben wir hier natürlich eine riesengroße Erhöhung. Das heißt, mit einem tieferlegten Schleifer kommst du eigentlich fast gar nicht durch. Also dann musst du dann quasi einmal, dass du zwei Einfahrten hast, sozusagen. Dass wir auch mit den normalen Autos vernünftig reinkommen. So, dann haben wir draußen, waren hier schon fleißig gewesen. Auch hier, wer ist noch kannte, der stand vor, so ein Glasbau davor. Früher war das ein Ausstellungsraum. Da bist du nur mit Autos gerade so reingekommen. Und den Glasbau haben wir jetzt alles wegnehmen lassen. Wir haben jetzt ein Tor setzen lassen, weil hier kommt ja unsere Fahrzeugverliebung rein. Dann stand hier noch so ein Übersuch. Okay, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, der Kuh ist hier vor, relativ hoch. Da hättest du mal aufgesetzt. War ja eigentlich auch nicht zum Einfahren gedacht. Dann haben wir jetzt die Einfahrt noch umändern lassen, damit du hier schön geschmeidig auch in die Verlierung fahren kannst. Das ist halt alles Sachen, das hast du nicht auf dem Schirm hier. Ja, da hast du nicht dran gedacht. Und das hält halt alles auf. Das hält auf wie Sau, ja. Aber wir sind jetzt, Gott sei Dank, hier draußen ja fast durch. Ja. Denke ich. Ja. Da kommt noch ein bisschen Werbung dran, ein paar Strahler dran und so weiter und so fort. Das kommt natürlich zum Schluss. Da David und die Savi, die haben auch schon mal angefangen so ein bisschen mit dieser Milchglasfolie. Ja. Damit du da natürlich immer nicht vermeiden gleich so doll reingucken kannst. Ja. Da sitzt du da wie so Affe im Käfig oder sowas. Ist auch scheiße. So, dann wird irgendwann noch hier überall Logos, tralala, hopp, das da drankommen. So ist es hier. Aber jetzt sieht man erstmal was passiert. Und das hält alles auf. Also, wenn man zum Schluss sieht, was wir verarbeitet nochmal hier reingesteckt haben, um das zu haben, wie wir es haben wollen. Katastrophe. Wie gesagt, der Raum wird dann zum Schluss gemacht. Weil hier ist immer noch dieser Durchgangsraum, wo alle Baustellen sozusagen. Oben haben wir jetzt gerade schon einen Gipskarton gemacht. Da kommen die Aufenthaltsräume rein. Also quasi Küche und Pausenraum. Und jetzt geht es los hier mit der heiligen Selbsttackung. Oh ja. Und effektiv bin ich wirklich hier jeden Abend am Basteln. Also den ganzen Holz. Du weißt ja selber, dass ich keinen Gang da drinnen so, das ist ja so meins. So auch das Bauen dann selber. Ja. Merke ich dann immer, wenn du mir abends dann immer Bilder schickst. Ja. Abends um 10 Uhr schicke ich mir irgendwelche Fotos wahrlos rum und sage, wie findest du das? Ich glaube, ich bin stellenweise mit dem falschen Gedanken herangegangen, dass ich gesagt habe, so ein steriles gelecktes Autohaus, das ist so unseres, aber das sind wir nicht. Das haben uns auch alle bestätigt. Also es soll schön sein, es soll trotzdem ein bisschen kuschelig sein und es soll für die Leute auch ein kleines Abenteuer sein. Und dementsprechend habe ich gesagt, wir bleiben unserer Linie, also treu. Also ich habe das nun gerne mit Holz, mit super geflanken Paletten, mit ein bisschen neueren Holz, ein bisschen älteren Holz und das ist auch wärmer und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das ist auch eine Kostensache. Wir haben ja unsere Ausstellung in der Reideburger Straße und am Ende des Tages, ich will ja auch nicht alles wegschmeißen. Ne, um Gottes Willen. Ja, da stand so viel Zeug, neu gekauftes Zeug, damals zur Essener Motor Show und das weiß ich nicht alles. Und die Ausstellung war auch noch nicht so alt, oder? 4, 5 Jahre. Naja, und da habe ich gesagt, bevor wir das jetzt wegschmeißen, versuchen wir mit den Sachen zu arbeiten, die wir haben. Ja, unsere Pfostenwand ist schon soweit fertig. Der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Ja. So, und dann, da steht doch alles rum. Und das ist immer geil, da stehe ich manchmal am Ziel mit ganz viel Holz. Und dann überlege ich mir so, hm, was kann man jetzt daraus zusammenfriemen? Ne, so, das mache ich eigentlich gern, aber aktuell nicht, weil dieser Kopfstress, den du hast durch die Firma drüben und hier, das macht einen gerade alle. Das brennt einen aus. Und ja, da wird dann hier so ein bisschen gefriemet. Und dann schicke ich dann jeden Fotos. Da frage ich Kretschi, da frage ich David, da frage ich Sabi, da frage ich Yvonne. Wie findet ihr das euch auch, ja? So kann man das so machen oder so weiter und so fort. Und dann finden die meisten das auch irgendwo dann trotzdem cool. Das heißt, man kann dann vielleicht aus wenigen Sachen oder vorhandenen Sachen dann auch doch irgendwas erreichen, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist mein Büro, ein bisschen kleiner, wie es vorher war. Das ist fertig, das ist quasi der erste Raum, der eigentlich mal drinnen fertig ist. Hier stehen noch ein paar Bilder rum, die müssen noch irgendwie ihren Platz finden. Das habe ich, das habe ich, das ist so ein geiles Bild, das habe ich von meinem David zum 40. Geburtstag gekriegt. Wunderschön. Das muss auch irgendwo einen Erdenplatz kriegen. Ich gucke noch, wo ich es am besten verbaue. Ja, der Kasten-Heinigen ist auch da. Also ich trinke jetzt aber nicht, auch die Jungs ab und zu meinem Bierchen. Eigentlich habe ich gerade was wir sehen müssen. Was denn? Ja. Der Lego-Raptor. Geil. Den habe ich von meiner Familie zum Geburtstag bekommen. Auch zum 40. Tächtig. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hat auch geschlagen anderthalb Jahre gedauert, bis es den zusammenrascht und die ganze Zeit irgendwo rum. Kein Wohin. Woher? Also hier haben wir immer ein bisschen mit diesen alten Paletten gearbeitet. Ich hatte wirklich Angst gehabt mit diesen geflammten Hölz und sowas. Das ist so öh und so billig und so. Das ist unser Stil. Das ist unser Stil. So sind wir. Ja. Ja. Das werden auch die Leute liefern und sehen, dass das hier so ein gelecktes Autohaus oder so wäre. Schön sauber und ordentlich, ja. Aber nicht so dieses Sterile. Genau. Ein paar Freunde haben jetzt gesagt, ja du, wenn ich in so einem sterilen Autohaus drin bin, dann gucke ich immer auf die Uhr, dann bin ich fertig. So, hier soll es einfach so eine gemütliche Atmosphäre sein, dass du sagst, da läuft der Fernseher dann. Und dass man sagt, ey cool, ich freue mich auf jeden Besuch und das ist so ein bisschen Abenteuer, dass du über was zum Glotzen hast. Gerade mit der Sitzecke hier hinten. Ja, da sind noch die Sitzecke, dann hast du da noch ein bisschen die ganzen Bilderchen und so. Ja. Hier kommt auch eine relativ große Felgenwand rein. Hier bin ich gerade noch ein bisschen am Basteln, Doktorn und sowas, die Ständer umzubauen. Und man muss jetzt auch immer sagen, wir haben auch nicht die Möglichkeiten, wie so ein Riesenkonzern, ja, ein Riesenkonzern wie Audi, BMW oder sowas, die kriegen vor, die bis jetzt bei 500.000 die Bude umbauen und dann müssen die das eben halt machen. Das können wir nicht und das sind wir auch nicht. Und deswegen, ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Also mir gefällt es und bis jetzt auch alle, die jetzt hier so reingekommen sind, die fanden es auch cool, die Richtung, die wir gehen. Ja, das ist jetzt ein kurzes Update dazu. Ich mache nochmal das Video auch jetzt schon hoch. Ja, da hat jetzt immer dann zum Schluss das letzte Video wirklich im fertigen Objekt stehen. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mit dem Video hier einen Zick. Dann seht ihr schon mal grob, was hier so passiert ist. Wir haben jetzt aktuell Anfang November als kleinen Zeitplan. Wir haben es jetzt Anfang November. Wir wollten eigentlich schon im Oktober drin sein. Ich muss auch sagen, wie gesagt, du musst das Geld, was du hier reinsteckst, musst du irgendwo verdienen. Und deswegen muss natürlich drüben das Geschäft auch laufen. Dementsprechend bist du hier immer hin und her gerissen. Also du kannst ja nicht 24 Stunden dran bleiben, obwohl ich es gerne wollen würde. Mir kraut es jetzt auch schon noch ein bisschen vor den Umzug. Gar nicht so der Laden oder sowas, aber alles, was sich so angesammelt hat. Den Laden, den habe ich denke ich mal so in den nächsten zwei Wochen hier drin. Wenn das alles so weiter funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Und das Telefon nicht klingelt, oder? Da legen wir jetzt einfach mal auf, oder? Ja, aber wenn das denn erledigt ist, dann ist es glaube ich wirklich... Es war schon immer ein Traum von mir gewesen. Und das, wie ich hier drinnen mache, ist auch so, wie es mir persönlich gefällt. Ja, na klar. Es war auch kurze Speicherkarte leer. Es war auch kurze Speicherkarte leer. Sowas gibt es auch hier. Also uns haben auch viele Leute gefragt, wie weit seid ihr dort? Man ist in der Öffnung und so weiter und so fort. Das machen wir schon noch bekannt. Das machen wir noch bekannt, also aktuell noch nicht. Also noch findet ihr uns auf jeden Fall dieses Jahr bis Ende des Jahres in der Reileburger Straße 57. 57, wollte ich sagen. Und ab Januar dann hier. Egal wie. Jut ihr Lieben, das war jetzt erstmal ein kleines Update, wie es hier gerade steht. Könnt ihr mal ein paar Kommentare da lassen. Und wenn wir hier durch sind, dann gibt es auch wieder viel, 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 viel mehr von uns. Mit besserer Laune. Definitiv. Mit mehr Nerven. Ja, ansonsten vielen, vielen lieben Dank. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020